Musik Spaghetti, hier her! Sitz! Glutzee, sitz! Glutzee, sitz! So ist brav! Seit einiger Zeit begleitet und bereichert ein Aussied-Dreier-Rudel unser Leben. Ich muss gestehen, es muss uns der Teufel geritten haben, als wir auf die Idee kamen, mit unserer Australien-Shepherd-Hündin Fly und dem Harzerfuchs Jake von Freunden ein eigenes Welpenprojekt durchzuziehen und die erwünschte Hundeaufstockung selbst heranzuzüchten. Denn nun begleiten uns drei dynamische, lauffreudige, agile, intelligente Hüdehunde, die tagtäglich bei Wind und Wetter, Sommers wie Winters, bei Kälte, Schnee, Regen, Sonne und Hitze angemessen beschäftigt, ernährt, gepflegt und erzogen werden müssen. Musik Die geht langsam weiter, die Lutzi soll bleiben. Lutzi, bleib! 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 Bleib, bleib, Lutzi! Meine Frau Astrid und meine Tochter Samira, so wie ich, üben heute mit unseren drei Hunden hier die zentralen Anweisungen. Sitz, bleib, komm! Das ist natürlich einfach und alle unsere drei Hunde haben solche Anweisungen natürlich längst drauf, solange wir mit unseren Hunden allein unterwegs sind. Doch zu dritt gemeinsam im Menschen- und Hunderudel ändert sich die Situation sofort. Drei verschiedene Bezugspersonen, drei verschiedene Alphatiere geben Befehle an drei verschiedene Hunde und die drei verschiedenen Hunde sollen sie nicht im Rudel, sondern einzeln ausführen. Und da kam in jüngster Zeit, besonders bei unserer neuen Hundesportart Dockscooting, immer mal wieder nicht zwingend Freude auf. Gerade beim Dockscooting, sprech es sich mit Rollern oder Mountainbikes von den Hunden ziehen lassen, ist es sehr wichtig, wenn man gemeinsam fährt, dass jeder Hund nur das macht, was sein Herrchen, sein Chef, seine Chefin auch genau sagt. Wir müssen uns dringend angewöhnen, unsere Hunde beim Namen zu nennen, wenn wir gezielt genau auf einen Hund Anweisungen geben wollen. Luzi, sitz! Bleib! Wenn ich beim Dockscoot an meiner Hündin Luzi die Anweisung gebe, Luzi, lauf! Dann darf natürlich nur Luzi loslaufen und nicht die zwei anderen Hunde von meiner Frau und meiner Tochter Samira auch. Aber das hinzubekommen ist eine äußerst verdienstvolle Aufgabe. Aber wie man sieht, wir arbeiten dran. Eine Anmerkung am Rande zur Sonne. Sogenannten Mehrhundehaltung mit drei Aussies. Das bedeutet dreimal mehr Futterkosten, dreimal mehr Hundekacke einsammeln, dreimal mehr Hundesteuer, dreimal mehr Hundeversicherung, dreimal mehr Platz in der Wohnung und im Auto, dreimal mehr Hundehaare im Staubsauger, dreimal mehr Auslauf bei Wind und Wetter, dreimal mehr Zeit für die Pflege und Erziehung und dreimal mehr Kuscheleinheiten für alle Hunde. Aber es bedeutet auch dreimal mehr Spaß und die Möglichkeit mit unseren Hunden das Dockscootern auszuüben, wie man gleich sehen kann. Sogenannten 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 Die letzten Monate und Wochen haben gezeigt, dass wir unsere drei Aussies nicht einfach draußen in der Pampa freilaufen lassen können. Denn es sind nicht nur Hütehunde, sondern sie haben wie alle anderen auch den Jagdtrieb in sich und es besteht immer wieder akute Gefahr, dass sie mit dem Wildern beginnen. Und das werden wir unterbinden und das müssen wir unterbinden. Doch damit unsere drei lauffreudigen Aussies auch an der Leine auf ihre Kosten kommen und laufen können, was das Zeug hält, sind wir auf die Idee mit dem Dockscooting gekommen. Das bedeutet, hier können sie nach Herzenslust laufen, rennen, Düsen, Stoff geben, ohne dass sie uns links oder rechts in den Wald abhauen können, sondern sie ziehen an einer Leine und wir kontrollieren, wo es lang geht. Doch damit das Dockscootern unfallfrei abläuft, müssen die Hunde im Team über eine gewisse Disziplin verfügen und das bedeutet, wir müssen üben, üben, üben und garantieren, dass unsere Hunde unsere Anweisungen korrekt und sauber umsetzen. Erst dann macht das Dockscootern für Hund und Mensch wirklich Spaß. Und deshalb üben wir diese Befehlsgeberei, die Kommandos, das Verhalten beim Dockscootern, auch schon beim Laufen, beim Ziehen an Bauchgurten, sodass alles schon eingespielt ist, ehe man auf dem Rad sitzt und durch die Gegend zerrt wird. Und dann ist es so, dass wir die Befehlsgeberei haben. Lutsi, sitz! Wie man hier sieht, führt dauernde Übung ansatzweise zum Erfolg. Lutsi, sitz! Und lass! Natürlich können wir nicht jeden Tag so intensiv üben, da wir alle drei berufstätig sind. Aber an Wochenenden nehmen wir uns die Zeit dazu. So ist es. Und das hat die Spacke, die jetzt auch dir vorgeführt, das geht so nicht. Nach dem morgendlichen Üben rund um unseren Wohnort Geiselbach starten wir am Mittag per Auto und drei Fahrrädern zu einem Rundkurs, der uns besonders geeignet zum Üben erscheint. Musik Musik Egal wo wir uns in Deutschland in deutschen Wäldern beim Üben bewegen, müssen wir stets damit rechnen, anderen Waldnutzern zu begegnen. Seien es andere Hundebesitzer oder wie heute auch Reitern mit ihren nervösen Pferden oder ganzen Rudeln von Menschen, die Angst haben vor Hunden. Und das ist immer eine spezielle Herausforderung für uns. Halten unsere Hunde Ruhe, benehmen sie sich ordentlich oder toben sie rum, bringen uns aus dem Gleichgewicht. Musik 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 Am Anfang eines Übungslaufs gebärden sich unsere drei Aussies wie verrückt und wild, sie wollen einfach los. Doch wenn sie sich schon ein bisschen müde gelaufen haben, dann wird die Disziplin besser, dann können wir auch ab und zu mal einfach zu Fuß gehen, um die Situation zu entspannen und unsere Hunde nicht zu überanstreben. Musik So bleibt, bleib! Musik 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 Hallo Musik Hallo! Hierher! Hierhin! Fahrt los! Ihr fahrt los! Ich sage nichts! Luthi, bleib! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Geh, 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 geh! Geh, 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 geh! Zu Beginn unserer Dock-Scooting-Aktivitäten fand ich Roller, spezielle Roller mit großen Rädern vorne, besser und leichter und interessanter wie Mountainbikes. Doch dazu hat sich meine Meinung, hat sich unsere Meinung mittlerweile geändert. Mit Rollern fällt das Langstreckenfahren etwas schwerer, besonders wenn es berghoch geht, tut es in den Knien weh und mit dem Mountainbike können wir besser bremsen und unsere Hunde letztendlich auch besser unterstützen, wenn es anstrengend wird. Ein guter Roller zum Dock-Scootern hat vorne und hinten Scheibenbremsen und vorne auch eine gescheite Federung. Und solch ein Roller kostet sich 600 und 700 Euro. Gut, dass ich nicht gleich drei von der Sorte gekauft habe, denn es zeigt sich, dass wir demnächst doch alle sicher genug sind, um für diese Übung für das Dock-Scootern auch unsere normalen geländegegigen Mountainbikes benutzen zu können. Anfangs waren wir der Meinung, mit Hunden zu Rollern sei ungefährlicher bei Undiszipliniertheiten wie mit dem Mountainbike zu fahren. Das stimmt auch so. Einen Roller kann man einfach zur Ecke werfen, wegfahren lassen, umkippen lassen, was mit dem Fahrrad meistens dazu führt, dass man selbst auf der Schnauze liegt. Aber mittlerweile hören uns Hunde so gut und wir haben die Sache so gut drauf, dass wir uns auch mit unseren Mountainbikes gut und sicher fühlen. Was auf dem Fernsehen. Das wäre Gott, meine ich, bin die Kamera nur auf der Schnauze. In der Schnauze genung ist die Frage des Bleistens Zwerges. Berến Sie an, die Zusammenhängen von der Schnauze des Zwerges für den Schnauze des Zwerges.